ja hallo und ich grüße dich wieder zu einem neuen tutorial der adobe flash player hat ausgedient und wird seit 31.12. nicht mehr supported und ich glaube seit dem 20. oder am 20.1. wird es auch definitiv keine patches oder irgendwelche updates mehr geben und in diesem video möchte ich einfach zeigen wie du diesen flash player removen kannst oder wie du sicher sein kannst dass er auf jeden fall nicht mehr auf deinem system ist was musst du dazu tun als erstes musst du mal schauen was für eine windows version hast du eigentlich installiert das ist nämlich zum deinstallieren des adobe flashplayers ganz wichtig dazu gehst du hier auf start und gibst dann ein info danach gehst du auf pc info und hier unten kriegst du jetzt die version angezeigt ich habe zum beispiel 20 h 2 sprich ich habe den letzten patch von microsoft installiert im übrigen keinerlei probleme und wie gesagt ist dieses ganz wichtig jetzt für den patch dem er bei microsoft sich unterziehen kann um den flash player zu deinstallieren dazu gehst du auf die seite die link der hier ist den werde ich auf jeden fall unten in der video beschreibung hinein kopieren du solltest auf jeden fall sehen dass du hier wieder ein sicherheitszertifikat hast das solltest du dir anschauen ich werde auch die https seite verlinken wenn du dem patch jetzt hier diese patch nummer eingibst 5 4 5 7 7 5 8 6 wirst du jede menge windows version finden 8 1 10 20 12 server also da wir windows 10 deinstallieren wollen geben wir hier im suchpfad erst mal windows 10 ein und sagen dann suchen so was hat er gemacht jetzt ist die seite natürlich um einiges geschrumpft das heißt wir haben jetzt hier wirklich nur die windows 10 version und diese sind jetzt hier nach versions nummern sortiert also sprich 17 09 18 03 okay es geht sogar nicht weiter es ist wirklich nur die eine seite und ich habe ja die 20 h 2 die taucht hier in der liste nicht aus weil damit auch schon der flash player deinstalliert wird deswegen brauche ich das nicht jetzt musst du dir halt die version raussuchen die du hast sagen wir mal zum beispiel du hast 1903 dann gibt es hier würde ich das dir so empfehlen du gibst dann hier 1903 drückst wieder return dann dauert es einen augenblick und jetzt kriegst du die 1903 version warum auch immer die 2004 mit angezeigt wird und jetzt musst du dir halt aussuchen hast du eine x64 basierte oder x86 basierte version haben die anderen kannst du getrost ignorieren und den sagen wir mal du hast jetzt hier x64 basierte systeme dann gehst du auf herunterladen das machen wir gerade mal kurz so updates herunterladen da wirst du hier noch mal wird noch mal der link aufgerufen dann sagst du datei speichern unter und speichern möchtest und sagst dann schließen und das war's danach gehst du in das verzeichnis wo du den patch runtergeladen hast installiert diesen patch für dein system und danach sollte der flash player unten sein ich hoffe es hat dir wieder gefallen und du schaltest auch wieder ein bei einem neuen tutorial ich sag an dieser stelle und schau bis zum nächsten mal